Konfuzio sagt, ein Tag, an dem du nicht gelacht hast, ist ein verlorene Tag. Andi ist 39 Jahre alt und im Unterschied zu seinen Freunden noch immer nicht unter der Haube. Eines Tages fragt ihn ein Kumpel, woran das liegt. Und er erklärt, nun, wann immer ich eine Frau mit nach Hause bringe, kann sie meine Mutter nicht leiden. Da empfiehlt der Freund, weshalb probierst du es nicht einmal mit einer Frau, die in etwa so wie deine Mutter ist. Drei Wochen später treffen sie sich wieder und der Freund fragt, ob es Fortschritte gibt. Ja, bestätigt Andi, ich habe eine Frau kennengelernt, die wie meine Mutter ist und ich habe sie mit nach Hause gebracht. Und die beiden haben sich astrein verstanden. Da freut sich der Kumpel. Und ihr seid also jetzt zusammen? Darauf Andi, nein, mein Vater kann sie nicht ausstehen. Konfuzio sagt, eine positive Bewertung und ein Abo erhöht deine gute Laune um mindestens 400%. Let's go to the fiend!